Yo Leute und was geht ab, hier ist euer Tricksplayer und willkommen zu einer Ankündigung und zwar am Sonntag den 17.07.2016 wird der allererste Tricks Cup stattfinden und zwar wir werden NBA 2K16 spielen und mit dabei ist der Stylecrafter, der Tricksplayer also ich und der Trickshot und wir werden uns versuchen den Pokal, den Tricks Pokal zu gewinnen und zwar das Ganze beginnt um 14.30 Uhr und um noch Informationen zu sagen, es gibt zwei Gruppen, Gruppe A und B und jeweils die ersten beiden werden aus der Gruppe weiterkommen ins Halbfinale und ja dann kommt das eigentlich das übliche Schema und ja diese Spiele werden auf jeden Fall auf Twitch live gestreamt, deswegen auch die Ankündigung und im Nachhinein werden diese Videos auch auf YouTube hochgeladen. So dass ihr auf jeden Fall, solltet ihr mal an einem der Tage nicht dabei sein können, wo das Turnier live ist, werdet ihr es auf jeden Fall auch auf YouTube zu sehen bekommen. Zwar ein bisschen geschnitten aber ja und ich würde mal sagen das war es eigentlich schon mit dem Ankündigungsvideo und ja wir sehen uns dann beim Tricks Stream, haut rein euer Tricksplayer, ciao.